Hey, hoh, Freunde! Wir kommen wieder zurück zu einer neuen Folge Roblox mit der Easy Cheesy. What is going on? Darf ich mich wieder bewegen? Ja, du darfst dich heute wieder bewegen. Yeah! So, heute spielen wir tatsächlich eine Obby, wo wir vor der bösen Mutter abhauen werden, weil die schreibt nämlich, du spielst zu viel Roblox! Und der Junge sagt, man, warum, Mama? Und der Typ spielt hier übrigens gerade Dings, der spielt gerade Escape, das ist den Prison Escape. Und guck mal, oben steht sogar dran, dass er seine Internet-Connection verloren hat, weil wahrscheinlich die Mutter das Internet-Kabel rausgestogen hat. Oh, nein! Wer kennt das nicht? Deswegen müssen wir jetzt wegrennen, Izzy, los! Wir müssen das Internet wiederfinden! Ja, wir müssen das... Stimmt, wir müssen das Internet jetzt wiederfinden. Oh, mein Gott, guck mal, da ist jemand, der sieht genauso aus wie du. Das ist dein Zwilling, Izzy. Ja, hallo, Zwillingsbruder! Zwillingsbruder. Oh, jetzt muss ich hier wahrscheinlich ein kleines Lalo... Ah, Izzy! Hat mich zerlegt! Nein! Im leichtesten Level einfach. Oh, Mann. Oh, mein Gott, guck mal, wenn ich mich in dieses rote Zeug reinstelle, dann sieht man meinen Körper fast gar nicht, weil rot auf rot ist. Oh, mein Gott, ey, crazy. So, nächstes Level. Was haben wir hier? This door is out of bounds. Was bedeutet out of bounds, Izzy? Ich vermute, die geht nicht auf. Ja, ich denke mal, auch dies. Stimmt. Ich würde sagen, wir benutzen mal die andere Tür. So. Okay. Oh, hier ist ein Checkpoint, glaube ich. Oh, nein, hier muss man jetzt wieder so ein Dings aussuchen. Mitte ist es nicht. Mitte ist es nicht. Es ist rechts. Es ist rechts, okay. Danach ist es wahrscheinlich ganz links. Nein, es ist links. Es ist links, okay. Es ist links. Und es ist nicht die Mitte. Dann ist es ganz rechts. Ja, ich habe es gewusst. Und jetzt die Mitte. Nein, die Mitte am Ende ist es nicht. Also links, rechts und ich glaube dann nochmal links. Rechts, okay. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, okay. Aber wenn man zu zweit ist, geht es relativ schnell, das herauszufinden. Weil dann kann man das schneller so vorher predikten und so. Oh, mein Gott, hier sind sogar zwei Türen wieder voll gesperrt. Oh, nein. Kann man da wirklich nicht durchlaufen? Nee, kann man nicht. Dann müssen wir die Tür hier nehmen. Oh, mein Gott, noch eine Tür. Alter, vor das Labyrinth hier. Oh, mein Gott. Was ist das? Ja, guck, hier sind überall Fernseher einfach. Was für alte Kisten. Das sind wirklich die ganz alten Fernseher. Kinder, so sahen die Fernseher damals aus. Ja, als ich noch im Kindergarten war, da waren die Fernseher so. Oh, hier sind Blumen überall abgefahren. Oh, das ist aber hübsch. Da gibt's Internet. Guck mal, es ist immer irgendwas mit Lava, gell? Warum? Ich weiß es auch nicht, aber guck mal. Warum hat unsere Mutter Lava im Keller? Stimmt, weiß ich nicht. Und warum müssen wir eigentlich über Lava klettern, um wieder ans Internet zu kommen? Ach, immer dieses Internet. Wer weiß. Das Internet ist einfach weggelaufen über die Lava. Genau. Aber zum Glück gibt's hier viele Checkpoints. Wow. Aber diese Lava-Levels, die sehen nochmal viel gefährlicher aus, gell? Ja, auf jeden Fall. Also, was ich halt nicht verstehe, man stirbt halt im Wasser und in Lava. Ist eigentlich dasselbe so, ne? Aber Lava sieht einfach gefährlich. Ah, nein. Nein. Ah, ich sammle dich auf und baue dich wieder zusammen. Ja, ich... Wuhu, danke schön. Gerne. Und Checkpoint. Okay. Oh nein. Boah, was ein riesiger Sprung. Wuhu. Und zack. Wupp, upp und boom. Okay. Alter, was für Sprünge. Hey, ich finde es auch voll cool, wie hier diese kleinen Lichter überall die ganze Zeit so hochsteigen. Das sind so diese kleinen Partikel, so Lava-Partikel. Finde ich auch ganz gut. Das ist gut gemacht. Oh, der Typ sagt, ihr müsst unbedingt hier durchgehen. Oh mein Gott, wir müssen hier durch die... Oh nein. Hier ist eine Lava-Suppe, die herkommt. Guck mal, da kommt Lava-Suppe. Ähm, halte deinen Kopf unten. Da ist ein Loch in der, in der, in der Dings, ne? Wie heißt das nochmal? Ein Lava-Loch in der Decke. Genau, in der Decke. Richtig. Meinst du, wir müssen hier durchgehen? Warum? Ah, ich bin da durchgefallen. Aber warum ist denn ein Ventilatorschacht in einer Höhe? Ach, egal. Ähm, okay, wir sind nun in dem, in dem Ventilationsschacht. Finde deinen Weg raus. Okay, jetzt müssen wir gucken, wo wir gehen. Gehst du nach links? Ich gehe nach rechts. Oh, nicht schon wieder, okay. Okay, ich gehe mal nach rechts. Links ist nichts. Links ist nichts. Okay, rechts geht weiter. Rechts geht weiter. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Der ist abgefahren. Ja, ich bin durch. Rechts war's, rechts war's. Ja, okay, rechts, rechts. Ähm, hier dürfen wir jetzt nicht den, den Rauch berühren. Ich warte mal kurz auf dich, bis du gleich da bist. Ich bin sofort da. Ich nehme nochmal kurz den Checkpoint mit. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich so ein kleines Lalom außen rumlaufen. Pass auf, dass du auf gar keinen Fall diesen Rauch hier berührst. Niemals. Weil sonst wird das hier eine ganz heiße Angelegenheit. Ja, dann werde ich gegrillt. Uh, oh, guck mal, da geht's sogar, da müssen wir sogar hochklettern. Oh, was? Was ist denn da? Ich bin da irgendwie gestorben. Hä? Warum? Hä, wie bin ich denn gerade an der Leiter gestorben? Ich hab es tatsächlich geschafft, an einer Leiter zu sterben. Alter, ich glaube, ich bin Profi oder sowas. Ich glaube, das hat bestimmt noch nie jemand hinbekommen. Wahrscheinlich nicht. Okay, bin da. Hallo. Oh, jetzt können wir über Kisten springen. Oh, da ist Säure auf dem Boden. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh, okay. Der hat gesagt, dass es hier Säure ist. Okay, das gute alte Internet ist auch über die Säure gesprungen. Ja. Deswegen müssen wir das Internet wieder zurückholen. Oh, das sind nice Headphones. Die sehen aber wirklich nicht schlecht aus. Oh, stimmt. So eine relativ bunte und schön. Welche Farbe würdest du nehmen? Welche Farbe ich dann nehmen würde? Ja. Oh, ich glaube, ich würde die blauen nehmen sogar. Oder die roten. Die roten, weil ich bin doch ein roter Vogel. Das würde dann rot auf rot passen. Stimmt. Welche würdest du nehmen? Die gelben? Die blauen. Die blauen? Ah. Ja. Also die blauen wären auch meine zweite Waage gewesen. Die waren hübsch. Oh, da ist die Mutter. Nein. Da ist echt die Mutter. Wir müssen jetzt... Friss uns nicht. Oh mein Gott. Die Mutter hat uns gefressen. Nein. Man wird so oft in diesen Obis gefressen. Das ist... Ah, jetzt bin ich ihre Speise runter. Oh, jetzt sind wir in den Magen. Die Mutter hat uns gegessen. Uh. Guck mal, was sie gegessen hat. Ja, stimmt. Die hat so ein Steak gegessen. Ein Blatt Salat. Ein Chicken Wing. Noch mal ein Steak. Noch... Ah, nein. Ich bin in die Magensäure gefallen. Hä? Die hat auch Butter... Nein, die hat hier Dosen drin. Die hat ganze Dosen gegessen. Izzy. Oh, nein. Die Mutter. Hey, die Chicken Wings sind so klein. Es ist so schwer, auf den zu springen. Ja, und hier ist überall noch Dings, ne? Boah. Guck dir mal den Typen an. Der hat sogar so Schulter-Pedals. Irgendwie so Schulter-Sachen. Sieht cool aus. So Spikes. Sieht wirklich cool aus. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Hä? Oh mein Gott. Ich laufe hier gerade runter. Ich glaube, hier wird man verdaut. Denkst du? Oh nein. Ich glaube... Soll das der Darm sein? Ich glaube, das ist der Darm, ja. Wir laufen gerade ein bisschen durch Kaki durch. Ah. Oh nein. Oh, hier stinkt es ja richtig drin. Ah. Ich... Nein. Oha. Das ist voll schwer. Du musst da irgendwie durchsliden, sodass du nicht gegen die Kackstückchen kommst. Und dann musst du hier so an die Leiter. Alter. Gar nicht mal so einfach. Okay. Cool. Oh, hier können wir wahrscheinlich runterrutschen. Auf geht's, Izzy. Zusammen auf drei. Eins, zwei, drei. Woo. Yeah. Ah. Oh mein Gott. Jetzt auch, wie wir hier einfach durchfahren. Alter. Das ist schon cool. Jetzt können wir hier eine Runde sliden. Yeah. Ja. Ich will lenken. Oh, du hast mich... Du hast mich... Oh, ich bin, ich bin, ich bin. Ah. Ganz knapp. Alter. Die Mutter hat aber so einen richtig langen Darmtrakt. Ah. Wo sind wir hier? Das sind so riesige Kackhaufen. Ach so. Wir... Oh. Warte mal. Oh mein Gott. Izzy, guck mal nach oben. Na. Na. Wir sind in der Toilette und die hat uns gerade ausgekackt. Oh mein Gott. Du hast sogar ihr Po. Oh mein Gott. Das ist ja ultra... Das ist ja ultra witzig. Wir wurden einfach ausgekackt. Oh, das darf nicht wahr sein. Aber die Toilette hat zu Glück ein Leck und wir sind rausgekommen. Ah. Was ein riesiger Po, Alter. Das ist ja richtig witzig. Okay. Wir sind hier rausgekommen. Guck mal, da ist der Nächste. Okay. Zeit genug, um unter der Tür hervorzugehen. Guck mal, da sitzt sie sogar. Oh nein. Ich würde gerne in die Dusche gehen. Ich würde auch gerne in die Dusche gehen. Oh nein. Das ist so schlimm. Oh. Geh ihr durch das... Oh mein Gott. Dieser Flur ist richtig groß. Hey. Wir müssen durch das Mauseloch hier durchgehen. War cool. Oh mein Gott. Wo sind wir gerade gelandet? In der Toilette. Das hätte ich nicht gedacht. Guck mal, da ist eine Maus im Mauseloch. Da ist echt eine Maus im Mauseloch? Ja. Wo? Ich. Du? Oh nein. Was? So ein richtiger Easy-Joke, ey. Oh, das sind echt Mäuse. Oh Mann. Hallo, meine Verwandten. Ja, das sind echt deine Verwandten. Das ist deine Opi. Das ist deine Umi. Das ist deine Schwester. Meine Schwester hat mich gerade leider... Ja. Die Schwester hat dich umgebracht. Mal wieder. In Einzelteile. Was haben wir hier hinten? Oh, easy. Das nächste Level ist voll was für dich. Das ist richtig, richtig dein Level. Ja. Du musst nur gucken, dass die Mäuse dich nicht umbringen. Oh. Und alle. Und den letzten Sprung, den kriegst du hin. Zack. Jetzt. Guck dir das nächste Level an. Das ist voll deins. Oh, Käse. Käse Stück. Es gibt in so vielen Levels Käse, gell. Das ist so abgefahren. Echt? Zack, zack, zack. Ja, klar. Käse ist beliebt, Izzy. Genau, die aufgefallen ist hier bei Käse. Gurkuchen sind leider nicht so beliebt. Aber Fische sind auch beliebt. Wow. Congratulations. You finished the Orbi. Woo. Oh, crazy. Oh mein Gott, guck mal. Hier ist die Mutter sogar eingesperrt. Die wurde einfach eingesperrt dafür, dass sie uns verboten hat, Roblox zu spielen. Und wir haben, und die hat uns einfach gegessen. Oh mein Gott, kann man hier in die Häuser, oh mein Gott, man kann in die Häuser reingehen. Echt? Ja, du darfst dir ein Haus aussuchen. Guck mal. Nee, in das rote Haus kannst du zumindest reingehen. Ich weiß nicht, kannst du auch in die anderen Häuser reingehen? Okay. Und das nicht. Warte. Da auch nicht. Warte, lass mal gucken, ob man... Ich möchte gleich auch nochmal die Features da ausprobieren. Die Sachen da. Kann man da rein? Lieber nicht. Ins rote Kammern. Rote Kammern? Ja, guck mal. Ja, aber da kamen wir doch her, Roman. Ach, da kamen wir her. Stimmt, oh man. Manchmal bin ich dumm. Okay, ich probiere mal diese Blue Paths hier aus. Oh, Purple Path. Geht das bei dir? Ja, bei mir geht das. Oh, okay, bei mir geht es nicht. Ich bin jetzt auch aus diesem... Also, bei mir geht es sogar relativ gut. Guck mal, da ist aber auch nochmal ein Tunnel, wo man durchlaufen kann. Glaubst du, da kann man durchlaufen? Nee, kann man, glaube ich nicht. Aber man kann die Paths hier ändern. Aber mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Einfach nur diese Paths, die man sich hier aussuchen kann. Ich glaube auch. Und ein Geburtstagskuchen. Alles klar, Leute. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ihr auch, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Roblox.